Es gibt viele Vorbilder im Hinblick auf Kulturwandel. Kulturwandel ist sehr oft initiiert durch Medien- und Technikwechsel. Man denke etwa an den Buchdruck oder die Erfindung der Massenmedien, die die Sinnverarbeitungsregeln der Gesellschaft verändern. Das gilt auch für die Digitalisierung. Digitalisierung bedeutet vor allem, dass Sinn anders verarbeitet wird als vorher. Ob sich die Gesellschaft durch die Digitalisierung verändert oder die Digitalisierung durch gesellschaftliche Prozesse, lässt sich gar nicht so genau sagen. Digitalität und Digitalisierung gehören zu modernen Gesellschaften ohnehin dazu. Das Entscheidende ist, ob wir Regeln dafür entwickeln können und Strategien, die Digitalität und die Digitalisierung zu gestalten. Sie ist ohnehin da. Digitalisierung wird oft als Problem geframed. Man könnte sie auch als Problemlösungstool bezeichnen. Man kann sagen, dass heute fast alle komplexen Prozesse in der Gesellschaft durch die Unterstützung mit digitalen Daten und digitalen Verarbeitungsregeln verarbeitet werden. Das Entscheidende ist, ob wir in der Gesellschaft mit digitalen Daten und digitalen Daten und digitalen Daten und digitalen Daten und digitalen Daten.